Hast Du genug von komplizierten Systemen, die Dich einen Haufen Geld kosten, dann bleib dran, ich zeig Dir was Neues. Bis gleich. Hey hey, schön, dass Du da geblieben bist, ja mit diesem Tool, was ich angesprochen habe, wird das Funnel erstellen zum Kinderspiel. Das wird so einfach und unkompliziert sein, wie noch nie. Du erstellst ein Funnel und das System macht alles im Hintergrund für Dich. Ja und das Beste ist, das ist Bestandteil unserer Plattform und Du zahlst keinen Cent extra dafür. Also wenn Du wissen willst, worum es geht und was das wird, was das geniale Tool ist, reservier Deinen Platz einfach im Webinar und komm am Freitag, den 3.5. um 19 Uhr. Schau Dir das an und wir freuen uns auf Dich. Registrier Dich, den Link findest Du unter dem Video oder in der Beschreibung, je nachdem auf welcher Plattform Du das Video anschaust. Wenn Du auf Youtube bist, würde mich über ein Like freuen oder auch wenn Du meinen Kanal abonnieren willst, dass wenn noch mehr Videos kommen, bald. Das passt dann, bis zum 3.5. Ich freue mich auf Dich. Bis dann, tschüss. Guten Morgen zusammen. Ihr seid genau richtig, denn Ihr erfahrt am 3.5. um 19 Uhr, warum Ihr bei dem Webinar dabei sein sollt, warum Ihr lernt nicht mehr in die Tischbatte zu beißen, wenn es darum geht eine Landingpage zu bauen oder eine Homepage zu erstellen. Also hört den anderen drei noch zu und entscheidet euch richtig und seid am 3.5. um 19 Uhr dabei. Hallo, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Vera Reinertz und ich freue mich, Euch im Webinar begrüßen zu dürfen. Dort erkläre ich Euch, wie ich Bilderall nutze und wie Bilderall mein Leben verändert hat. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit für Euch. Ich freue mich auf Euch. Bis dann, tschau. Hey, mein Name ist Katharina Kieslewski und ich bin Online-Marketerin und auch erfolgreich im Affiliate Marketing. Ich werde Dir in meinem Webinar zeigen, wie Du erfolgreich Verkaufsseiten erstellen kannst, ohne technisches Vorwissen, denn ich werde Dir einen Game-Changer vorstellen, der es einfacher macht als jemals zuvor. Ich freue mich auf Dich. Wir sehen uns im Live-Workshop. Ich bin der Mario Hün, Leiter einer Akademie für Marketing und Persönlichkeitsbildung und ich werde Dir einige Informationen und Anliegen mit in die Hand geben, die Dir in Ihrem Business nutzen können. Deswegen sei gespannt auf meine Tipps und ich freue mich, Dich im Webinar zu sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.